Musik Beschäftigt euch etwas? Als Jedi wurden wir zu Hütern des Friedens ausgebildet, nicht zu Soldaten. Aber Zeit meines Daseins als Padawan war ich nur Soldat. Nun, ich kenne nichts anderes. Dadurch haben wir Klone gemischt, die Gefühle, was den Krieg angeht. Viele wünschen sich, er wäre nie ausgebrochen. Aber ohne ihn würden wir Klone nicht existieren. Naja, dann hatte das alles womöglich auch etwas Gutes. Die Republik hätte keine besseren Soldaten haben können. Oder ich, einen besseren Freund. Commander Rex, ihr habt neue Instruktionen. Wollt ihr es auch hören? Könnte was Neues über General Kenobis Einsatz sein? Gehen Sie ruhig. Ich bin sicher, es sind gute Nachrichten. Wollt ihr es denn? Schei! Hör nicht auf ihn, Anakin! Er muss leben! Ich weiß nicht, dass er nicht tönt ist! Ich brauche ihn! Und der Geist ist... Nein! Was habe ich getan? Anakin. Führt die Order 66 aus. Sehe wohl, Lord Sidious. Rex! Mit Anakin ist... Ich fühle, es ist etwas Schreckliches passiert. Rex? Nein! Ich werde es tun. Rex, was geht hier vor? Kein Schritt weiter! Du musst ihn finden! Finde ihn, bitte! Fives! Finde ihn! Fives! 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 Feuer einstellen! Wir haben sie! Sir, geht es Ihnen gut? Sicher, ich bin nur ein wenig erschöpft. Ich will, dass Sie auf die Inhaftierungsebene gehen und Maul exekutieren. Ja, Sir! Ausrücken! In Ordnung. Wir wissen, dass Ahsoka Tano an Bord ist. Sie steht durch die Order 66 auf der Liste unserer Ziele. Unter dieser Direktive müssen alle Jedi, egal wo, wegen Verrats an der Republik exekutiert werden. Jeder Soldat, der diesem Befehl nicht folgt, wird ebenfalls wegen Verrats exekutiert werden. Verstanden? Ja, Sir! Die Anzahl der Verstecke auf diesem Schiff ist begrenzt. Bildet Suchtrupps. Wir schwärmen aus und gehen Sektion für Sektion durch. Na los! Bewegung! Auf und, auf und. Ich bin schon知et! Wir machen jetzt noch den Neid. Auf und.